ja hallo zusammen hier ist der fluxkommensator 70 mit einem weiteren gast replay und zwar wir hier den tibi 3 hat es arti aus klaren oder modus mit dem sima td der amerikaner d25 schräg schicht 2 auf der map sicherlich linie hier im zug mit glass snake aus dem clan so gesagt 90 der die super heck bedient da verteidigungsmodus in der stadt gestartet so gesagt sie mal 6 und wir haben hier 7 7 8 6er und dann haben wir drei heavies 3 mit 6 tds 2 leiz 0 die arti munitionsurteilung 15 mal ap 240 der mit 170 durchschlag und dann haben wir hier 25 mal ab jetzt ja primär munition dabei mit 258 durchschlag ordentlich so jetzt erst mal den ikea wagen angebotzt und der glass snake schießt auch drauf den ika 90 b die kv 90 b und der ist auch gleich raus so ja dann hat er fünf mal dabei mit 320 damit schon 40 durchschlag kleines mit kleines red kit und kohle als ration 2 zu 1 steht es obwohl der nächste kandidat kriegt es ab ja hier geht jetzt gerade zehn grad die kanone unten und der stritt 274 prallt ab steht auf freie pläne und zack raus nächster kandidat und der erste kind ist da außen 281 der mensch 1500 der quatscht 150 geblockt 894 aufgehungsunterstützer schaden und der gegner statt 25 2 kriegt auch schon mal eine rein geht ja gut ab hier vier zu eins steht es missionen kann man keine sehen okay die seite ja wohl das und ab in die garage ich was sage es aus 62 das geht wie das brötchen backen so die 25 2 dagegen seite 23 hp da geht auch gleich raus auto eben drauf und raus damit zweiter kill 7 zu 2 meine güte geht das ab hier ja reload zeit haben wir hier sechs sekunden 1 die zeit 1,6 sekunden 360 meter sichtweite 56 kam auch nach vorne 15 rückwärts somit haben wir alles jetzt durch zwei sternchen auf dem rohr hatte schon das gegner super geht da nimmt er sich den schuss von der super geht interessiert ihn nicht 15 hp bleiben noch stehen und nimmt er sich noch einen schuss von der super geht kann er raus damit dritter kill 83 weiter jetzt im programm die 34 85 schön die seite hier drängelt sich der tief 34 85 durch 45 dp in der stadt aus damit vierter kill 10 zu 3 so der karo 88 was will jetzt der mt 25 da der mt 25 was will denn er so 47 hit points hat er gut hier noch jetzt sollte er nicht mehr nach vorne fahren hey kid kann von außen auf ihn wirken da muss aufpassen ach steht hinterm bunker das wird nichts mehr so 12 zu 5 hammer da ist der mt 25 ab praller das gibt es doch nicht auch noch getroffen und dann prallt er ab ja jetzt der bleibt hinterm bunker oder kommt er nach vorne was für ein schuss schön in den schuss rein die waren fünfter kill so die hey kid und geschenke zum schluss wir sind am ende des topen da hat er den krieger neu in der tasche der wahnsinn und dann sehen wir uns in den stats so und dann kommen wir zu diesen stats ja das war ja aber eine schnelle runde ja überschrift lassen wir so stehen und dann haben wir das panzer als namen an gottes schläger du land wirkungsfeuer 105.000 638 jetzt xp kommen später unterstütze medaille großkaliber meisterschütze und dann natürlich die krieger für die sechs kälte sein jemand team score 4665 der match nicht schlecht für diese kurze zeit und der haben wir hier noch 1829 base xp die sechs kids sind natürlich klar wenig krieger und dann haben wir den glasen snake jahren 1191 der match 597 base xp ja jemandierten report rein 24 mal 24 mal geschossen 24 mal getroffen 21 mal durchschlagen einmal splash das sind mal locker 100 prozent 1152 der mitsch über 300 meter 1162 unterstützungsschaden durch die mitspieler haben wir hier einen kombinierten schaden von 5827 das gefahren ist er 1,27 km fast 1,3 km da gab es 44.016 schwert jetzt dafür persönliche reserven wurde es 33.012 macht 105.638 abzüglich repair munition und kit und ration und schlag mich tot ja das macht dann 66.710 raus das ganze in 4 minuten 44 ja dann prost mal lieber dafür diese schnappzahl also nicht schlecht sage ich meine hier 4665 der match mit dem 7er panzer wahnsinn ja nicht schlecht ja und dann kann man hier base xp und dann haben wir persönliche reserven bonus hier 2744 xp dazu missions bonus also eine mission hat er doch im hintergrund laufen die tagesmission wahrscheinlich 4500 xp dazu und platoon bonus 412 xp macht 10.400 xp und 137 freie erfahrung ja schöne kleine runde 4 minuten 44 ist einer schnellsten replays von mir die ich auf meinem kanal habe was das nicht von mir sondern auf meinem kanal ja ich hoffe es hat euch gefallen und ich sage ciao bis zum nächsten mal